Hey Leute und willkommen zum ersten Spieltag der zweiten Season von der German Pokémon League oder kurz GPL Season 2. So Freunde, es geht wieder los. Ja, heute mit einem, was heißt heute, dieses Season nicht mehr mit Team Nocturne, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt bei Razer oder Present. Ich war da ja zuvor, ein eigenes Info-Video darüber zu machen. Es tut mir furchtbar leid. Ja, diesmal mit dem Team Croak Drop, mit unserem Wert in Quack, so als Signature-Pokémon. Und ja, Freunde, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, man merkt es vielleicht schon am Namen, man sieht es vielleicht schon am Team oder am Signature. Wir gehen mit einem Regenteam in diese GPL Season und ja, unser Gegner ist im ersten Kampf das Team Fabulous Gay Lopez, ein herrlicher Spitzname, wie ich finde, für dieses Team. Was heißt Spitzname, ein herrlicher Teamname. Und zwar wird dieses Team geleitet vom Werten Sherani, einer der fünf Fans, glaube ich, einer der fünf Newcomer in der neuen Season. Für alle, die das Info-Video noch nicht gesehen haben von Razer, ich weiß nicht, ob das Info-Video in der Beschreibung verlinkt wird. Aber auf jeden Fall könnt ihr alle Teams, den Spielplan, die Tabelle und natürlich alle Teilnehmer unten in der Beschreibung nachlesen. Und ja, Freunde, es ist der erste Spieltag. Keiner hat bisher irgendeine Punktzahl, irgendwelche Differenzen oder was auch immer, irgendwelche Sieg-Niederlagen-Statistiken. Alles ist bei Null und ja, Freunde, ich würde sagen, wir springen einfach mal zur Team-Preview. Ja, ich bringe hier mit den Standard-Core, was heißt Standard-Core, das, wovon man, glaube ich, ausgegangen ist, dass ich es auf jeden Fall in ungefähr 90% der Kämpfe mitnehmen werde. Mein Zoom-Packs, unseren Mega-Pokémon, Quaxo, unseren Signature, Viscogon, Kabutops, Boreos und Raikou. Ich habe nicht Forstelka mitgenommen, Freunde, überraschenderweise, denn Forstelka ist ja das Overused-Pokémon quasi der GPL-Season 2, denn in jedem zweiten Team findet man in der ersten Liga Forstelka. Und gerade mit Goodrace ist ja normalerweise ein guter Defensiv-Akkur, aber da der gewährte Shirani in seinem Team sehr, sehr viele Feuer-Pokémon, bzw. Pokémon, die mit Feuerattacken angreifen, dachte ich mir, das ist keines ganz so gute Idee, wenn ich das mitnehme. Ähm, ich habe dafür ein anderes physisch defensives Pokémon dabei, aber dazu später mehr, widmen wir uns doch erstmal Shiranis Team. Er bringt hier ebenfalls mit einem Boreos sein Mega-Glurak, sein Despoter, sein Stalobor, Blitzer und Machomai. Sein Signature hat also auf der Bank gelassen und ja, was einem direkt natürlich auffällt, Freunde, und das ist absolut furchtbar und ich hatte schon mal bei der Team-Preview Angst davor. Ja, Freunde, wir werden hier gleich einen Wetterkrieg veranstalten, denn ich habe Quaxu als Wetterbringer und er, Despoter, beide beherrschen Autowetter und ja, wie gesagt, der Wetterkrieg wird gleich starten. Ganz besonders gefährlich bei seinem Team ist natürlich vor allem diese Kombination aus Despoter und Stalobor. Stalobor beherrscht nämlich die Fähigkeit Sandrush, wie heißt sie auf Deutsch? Ich weiß gar nicht wie, das Sandschara, glaube ich. Dadurch wird Stalobor im Sandsturm, ja, ich glaube 100%, doppelt so schnell wie normal, also doppelte Initiative im Sandsturm ist äußerst gefährlich mit dieser Durchschlagskraft, wie dieses Teil noch hat, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Aber genau dasselbe habe ich ja auch bei mir mit Sumpex und Kabutops, beide haben die Fähigkeit Wassertempo oder können die Fähigkeit Wassertempo haben und werden auch dadurch doppelt so schnell im Regen. Ähm, also ich würde sagen, es sieht sehr interessant aus, Freunde, wie gesagt, Wetterkrieg incoming, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Freunde, fangen wir an mit dem ersten GPL Season 2 Match. So, der Kampf beginnt, Alex will mit dir kämpfen und er beginnt mit seinem Typhoon, seinem Boreos. Ich beginne hier mit meinem Sumpex, weil ich, äh, ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe mit dem Blitzer-Leads gerechnet, aber natürlich, äh, Boreos auch ein sehr guter Lead, denn dieses Ding kann Strauchler haben und damit würde mein Sumpex direkt K.O. werden, das wollte ich natürlich nicht riskieren, wechsel darum in mein Viscogon, das die Fähigkeit Vegetarier hat und dadurch diesen Strauchler einfach aufsaugt. So, er geht hier auf die Kehrtwende und macht mir ordentlich Schaden, muss ich sagen, denn dieses Boreos ist gelightwoppt, das heißt, dass seine Angriffe 30% mehr Schaden machen und, ja, er wechselt raus in sein Machomai. Ich habe mich hier dazu entschlossen, einfach mal auf einen Draco-Meteor zu gehen, denn egal, was er reinbringen würde, alles würde ganz guten Schaden bekommen und, äh, ja, dieses Machomai trägt wahrscheinlich eine Offensivfeste, aber dennoch macht das ordentlich Schaden. Ähm, das habe ich, äh, das habe ich selber gar nicht so erwartet, dass es so viel Schaden macht, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Soulbested ist, wobei auch des, wo da oftmals mit der Soulbested gespielt wird, das weiß ich ja nicht ganz genau. Ja, hier ist auf jeden Fall mein Sumpex, denn dieses Sumpex ist ein defensives Sumpex, ähm, das hier halt mit Gudra den defensiven Core bildet, denn ich dachte mir, ein physisch-defensives Sumpex ist in diesem Kampf besser als ein offensives geeignet. Ich mega entwickle mich einfach mal in mein wunderschönes Mega-Sumpex und, ja, mein Gegner geht hier weiter auf den Wuchtschlag, ich bin leider schon verwirrt. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt zuerst mal durchkomme, das wäre so ziemlich blöd, damit ich das Machomai sonst tueten könnte. Ich gehe auf den Regentanz und eigentlich war das, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier auf Regentanz zu gehen, denn ich hätte auch einfach mit einem Erdbeben das Ding, äh, direkt rausnehmen können und, äh, danach würde er sowieso in Despotar gehen und der Regen wäre wieder weg, deswegen war das, glaube ich, nicht so die beste Idee. Auf jeden Fall, wie gesagt, Erdbeben reicht und Machomai zu können, ja, und leider habe ich wirklich eine Runde mit diesem Regentanz verschwendet, also, wie bereits gesagt, das war nicht besonders gut. Ich hätte das nämlich andersrum machen sollen, erst auf Erdbeben gehen, Machomai ausknocken und danach auf den Regentanz, denn, äh, 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 dann wäre hier jetzt nicht das Despotar, beziehungsweise das Despotar wäre da, aber nicht der Sandsturm. Ja, ich gehe aufs Seelewasser einfach, weil ich gehofft habe, dieses Despotar vielleicht verbrennen zu können, damit es, ähm, quasi unbrauchbar wird, jedoch geht mein Gegner hier auf den Knirscher, okay, ich sehe, dieses Sumpax kann leider nicht mehr so viel ausrichten und, äh, ja, quasi mit dem letzten Atemzug lege ich hier nochmal die Tarnsteine raus, da ich mir dachte, mit Glurak und Borios in seinem Team werden mir die schon, ähm, sehr nützlich werden. Und, äh, ja, das Despotar nimmt, ne, ne, nimmt, nimmt mein Sumpax nur mit einem Knirscher raus und, äh, das gibt mir nun die Chance, in mein Quaxo zu wechseln und, äh, ja, somit habe ich meinen Regen wieder auf meiner Seite. Dieses Quaxo trägt außerdem in meinen Nassbrocken, dadurch hält der Regen auch schön acht Runden lang. Rückblickend war das vielleicht keine so gute Idee, weil er halt immer wieder in Despotar reingehen könnte und das Wetter zu ändern, aber wie du mal sagst, er geht hier in seinen Glurak, denn er wusste, er kann eigentlich in nichts sicher reinwechseln, vor allem, da dieses Quaxo offensiv ist und eine Hydro-Pumpe im Set hat und im Regen, ja, kann er da wirklich nicht sicher reinwerfen, alles wäre wahrscheinlich ein One-It gewesen und, äh, ja, Glurak geht down, hat nichts getan in diesem Kampf, leider, und, ja, da wechselt er wieder in seinen Despotar, einfach um das Wetter wieder zu ändern. Ich hätte es jetzt hier riskieren können und erneut auf die Hydro-Pumpe gehen können, die hätte unter Umständen gereicht, ich hab's nachgekalkt, aber ich wollte es nicht riskieren, dafür ist mir Quaxo viel zu wichtig, darum wechsle ich hier raus in meinen Borios, weil ich mir auch hier dachte, irgendwas, muss jetzt wahrscheinlich opfern und, äh, ich dachte mir, Borios ist das Pokémon, was ich hier in dem Kampf leider am wenigsten brauche, jetzt, wo Macho mal weg ist und, ja, er geht auf die Steinkanze, das ist ein klarer One-It und, äh, ihr merkt vielleicht, Freunde, ja, ich geh wieder mein Quaxo und die Situation ähneln sich, es ist nämlich so, äh, der eine bringt sein Wetter raus, der Gegner ist gezwungen rauszuwechseln und irgendwas zu opfern, dann auch holt er wieder sein Wetter raus, der andere muss rauswechseln und irgendwas sterben lassen, also, relativ unspektakulär, aber, äh, so funktioniert meistens der Wetterkrieg, ja, hier wechselt er nun sein Borios rein, um es ebenfalls zu opfern, aber, dings, geht hier leider meine Hydro-Pumpe daneben, aber ich dachte mir, ich will jetzt nicht großartig rauswechseln, ich schau mal, vielleicht hätte er auch Overpredict, der geht auf jeden Fall auf den Orkan und, äh, macht mir ordentlich Schaden, aber immerhin, äh, bekomme ich keine Verwirrung und meine zweite Hydro-Pumpe trifft, das bedeutet, dieses Borios ist aus dem Weg geräumt, mein Quacks hat natürlich sehr viel Schaden genommen, aber, trotz allem, äh, war dieser, war dieser Hydro-Pumpen-Miss jetzt nicht allzu fatal. Ja, mein Gegner geht nur in seinen Blitzer, seinen Usain Gold und, äh, da bin ich natürlich gezwungen rauszuwechseln und dachte mir, ich gehe einfach mal in mein Gudra, denn Gudra ist das Pokémon, das ich hier leider am wenigsten jetzt noch brauche, jetzt wo Borios weg ist, denn es kann eigentlich allerhöchst was gegen Blitzer machen und dass ein Voltwechsel kommt, war ja ziemlich klar, darum dachte ich mir, ich fange den einfach mal damit ab. Ich hätte auch in Raikou gehen können, aber wenn er dann seinen Despotal rausholt, ähm, ja, wobei, ich hätte auch eigentlich in Raikou gehen können, das stimmt schon. Hätte ich auf jeden Fall noch etwas mitgenommen, aber egal, ich wollte auf jeden Fall einen safen Switch, wobei, ja, eigentlich wäre Raikou ebenfalls ein safen Switch gewesen, das, äh, habe ich in der Situation nicht bedacht. Naja, ist auch egal, ich brauchte Wiskogen, wie gesagt, nicht mehr so wirklich. Lass es darum jetzt hier, ähm, gegen Stardobor down gehen und wechseln in meinen Kabutops, Freunde. Kabutops im Regen mit Wassertempo, ja, äußerst tödliches Teil. Ich gehe erstmal auf einen Schwerttanz und hier hat sich Shirani leider verklickt und geht auf den Giftteam, ähm, anstatt aufs Erdbeben, aber das hat gar nicht wirklich gemettert, denn dieses Kabutops, äh, trug einen Fokusgurt. Das bedeutet, ich hätte einen Angriff auf jeden Fall überlebt. Mein Gegner wechselt hin und raus in seinen Despotal, einfach, ähm, um hier das Wetter wieder rauszubekommen, seinen Sandsturm, äh, in der Hoffnung natürlich, dass, ähm, meine Wasserdüse dadurch geschwächt wird, was natürlich auch der Fall ist, denn ohne Regen macht sie nicht mehr ganz so viel Schad, aber es ist immer noch Stab und bei plus zwei und Kabutops hat einen monströsen Angriff. Dadurch kann ich Despotal nochmal aus dem Spiel nehmen. Und ja, das Ding wird jetzt äußerst gefährlich für ihn. Er muss jetzt hoffen, dass Blitzer eine Wasserdüse ohne Regen überlebt. Ansonsten wird dieses Kabutops nämlich sein Team jetzt, äh, ja, sweepen. Ich gehe auf die Wasserdüse und reicht sie? Ja, sie reicht. Blitzer konnte sie nicht mehr überleben und sein letztes Pokémon ist nun Stalobor und, äh, ja, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich jetzt sage, dass diese Stalobor gegen eine Wasserdüse nicht so wirklich die Chancen hat. Natürlich, es ist durch den Sandsturm doppelt so schnell, aber, naja, Wasserdüse hat Priorität plus eins. Das bedeutet, Wasserdüse funktioniert dennoch vorher und, äh, dadurch kann ich auch Stalobor besiegen. Und, ja, Freunde, das war der Kampf. Das war der erste Spieltag der GPL gegen Sherani. Mit einem 3 zu 0 haben wir das Match für uns entscheiden können. Und, Freunde, ich muss sagen, ähm, es war ein recht kurzer Kampf, aber es war dennoch ein sehr, sehr, äh, cooler Kampf, wie ich finde. Auf jeden Fall GG, well played an Sherani. Ähm, dieser Wetterkrieg ist natürlich immer so eine Sache. Wetterkrieg überhaupt sieht man ja in der 6. Gen nicht mehr so oft. Aber wenn man ihn sieht, dann ist es halt echt, da ist das Momentum das Wichtigste überhaupt. Man hat es jetzt hier gesehen, ähm, es ist immer so gewesen, wenn einer seinen Wetterbringer reingeholt hat, musste der andere irgendwas opfern, um einen safeen Switch zu haben. Deswegen war das echt, ähm, irgendwann, ja, einfach nur eine Frage des Momentums quasi. Dass man eine Hydropumpe daneben ging, hat mein Momentum auch ein bisschen geschadet. Aber die Zeit hat ja getroffen, also insofern hat es jetzt nicht so sehr gemeldet. Ich muss sagen, sein Mach-Mai wäre eigentlich, glaube ich, insgesamt eine größere Bedrohung für mich geworden, als ich erwartet hätte. Ich weiß leider nicht so gut, also nicht, wie gut es eine Hydropumpe im Regen getankt hätte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Freunde. Wenn es eine Offensivweste trägt, ja, es wird wahrscheinlich genau aufs Gleiche hinauslaufen wie im Draco Meteor. Also ich denke, vielleicht, ich glaube, es wäre ein To-It gewesen. Ich bin mir nicht sicher, kann ich so nicht sagen, das habe ich leider nicht nachgekalkt. Ähm, ja, was lässt ihr noch sagen? Ich weiß es nicht, Freunde. Also dieser Kampf, ich fand ihn recht lustig, muss ich sagen. Vor allem diese ständige Geopfer an Pokémon, einfach weil man keinen safeen Switch mehr hatte auf beiden Seiten. Das war irgendwie schon sehr interessant. Ähm, ja, das war auf jeden Fall der erste Spieltag. Äh, wenn ihr den Kampf aus Shiranis nicht sehen wollt, dann schaut auf seinem Kanal vorbei. Und ja, Freunde, wir gehen, äh, wir verlassen die erste Woche der GPL, sagen wir es mal lieber so, mit drei Punkten für das Team Croke Drop. Ähm, mal schauen, wie der nächste Kampf wird. Wir spielen als nächstes gegen Razor. Mal schauen, wie das wird. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Ich würde mich über beides sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Team Croke Drop to the Fight. Bis dann. Ciao. Ciao.